hey und herzlich willkommen zu einer weiteren folge warms battlegrounds ich bin heute mit dem steven hier und noch mit einem online spieler ok auf jeden fall was wollte ich gerade noch dazu sagen aber wir spielen mit dem einstellung familie ich weiß nicht da gibt es irgendwas welche sagen die es sonst nicht gibt auf standard oder keine ahnung so steven du fängst an oder ja siehst du mich ab oder ja weiß nicht ich kann auch ihn abschießen der kasse ich habe schon auf dich an die kleine du kleiner guck hier hat man 150 leben statt 100 leben durch das natürlichen unterschied sollte die mal nicht immer nach sprechen und ducky ist da habe ich für das blatt fluss 50 was machte hätte verliert doch leben ich weiß ich es ist und noch ein tt what the fuck der ist so gut ich glaube der ist gut der ist gut glaube ich wir haben einen guten spiel hinter runter oh mein gott wir werden sie verlieren warum keine ahnung ist doch voll gut noch bin ich erster wasserpistole war das sicher nicht das wasserangriff dynamit scheißt du so und weg ins wasser rein wasser hat es was geschadet ja schon da noch geht schon so heute rauskommt den draußen ja mal da ist der typ wieder der schadet mir doch gleich locker wieder du bist ja ich bin ich weiß aber leider will mich gut raushauen oder was hat er vor da reicht die schlagkraft nicht also immer nach dem nach seinem zug ach ich nehme einfach die shotgun schlag einfach vollgas weil wir drücken doch immer nur x ach komm ich mal so ich versuche ich versuchte das war schon das war schon will er den raushauen der kann doch den anderen russ schon wieder mit sein was damit beide raushauen wir beide raus sonst nicht mit dem wasser aber das aber ich glaube das ist sein plan oder oh mein gott 7 der typ ist gut oh mein gott der spiel verlauf glaube ich scheiße sie haben wir uns rausgesucht ja jetzt habe ich nur noch eins ich sage mir erst mal gehe dich auf die komplette ich gehe nicht auf den ich wollte mir das amaget und ich ist amaget und dann kommt ich mache amaget und leute ich mache amaget und wo ist amaget und da ich mache amaget und scheiß drauf steve ich mache es einfach es ist einfach zu lustig amaget und kommt scheiß drauf 7 7 aber keiner getroffen alter schon vier oder fünf teile haben ich meine es ist ja nicht voll warm oder so deswegen gut vielleicht kann ich so noch gewinnen wenn ich amaget noch alles leben ok jetzt wurde er getroffen aber er hat nicht viel schaden bekommen also bei mir hat er immer noch 150 alter amaget und ok mal schauen mal schauen habe ich mich selbst getötet eine von mir das war gut es hat nicht so viel schaden gemacht was so interessant ist mal probiert zu hören was was ist denn ich habe schaden bekommen neben uns war kein feuer hat mich kurz bewegt und ich habe schaden bekommen ok er hat sich um entschieden nein 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 im wasser wenigstens aber die tt ja du bist raus ich bin einer von mir du schaltest mir auch noch ich weiß vor allem jetzt nicht mal was ich machen soll ich auch nicht lenker geht mir da dann wenigstens den hier ausschalten wird mehr leben ich glaube der wird aber trotzdem nicht sterben ich hoffe schon sterben wird aber vielleicht landet es nicht mal auf ihm drauf direkt so was euch befürchtet das will ich rausholen übrigens habe ich noch die banane heilige granate hatte ich noch warte kann ich anschauen was ich noch hatte ja ich hatte noch alles jünger guck mal was er machte ok guck mal sein planer so was mache ich nie es bringt wenig doch guck mal er tut mich unterstehen guckt natürlich bringt es ihnen was hier draußen stehen hier selbst zu stehen ja aber ich war doch mal was ja guck mal der ist voll guckt geschaut doch an du sagst dass es bringt ihm nichts schau dir das sagt der typ gewinnt einer habe ich noch da wohl ich bin nicht lohnt sich ja gar nicht mal aber ich doch den haus richtig ja holly grenade lohnt sich nicht der chip aus so dachte ich wahrscheinlich verliere ich beim nächsten zug weil es gegen plant war klar war so klar der weiß wie man das spielt er weiß wie man das spiel ja tot tot aber sein reich nicht man hat es nicht so du bist nicht tot ich schon doch gucken dann so war raus ok der aufguckt ich hatte recht weiß ich nicht nehmen oder nicht wieso das war lustig doch doch die nehmen wir ein also leute das war mal eine andere folge mit mit einem richtig guten spieler gut dann will ich sagen vielen dank fürs zuschauen hoffentlich bis zum nächsten mal und ciao